Arbeiten wie die Plastiken Dress to Kill von Deborah Engel zeigen deutlich, um was es bei der Ausstellung im Sinclair Haus geht. Die Haut als Schutz und Ort der Interaktion zwischen Individuum und Natur. Zwei Jahre lang hat das Sinclair Team zusammen mit Direktor Jansen nach geeigneten Exponaten für die Ausstellung die zweite Haut gesucht. Bei der Ausstellung stand jedoch nicht die Verwandlung des Menschen in eine Naturfigur im Vordergrund. Mir war bei allen Exponaten wichtig, dass erkennbar ist, dass es sich um eine temporäre Verkleidung und Annäherung handelt und dass der Mensch immer wieder zurückkehren kann zu seinem reinen Menschsein. Also das ist mir wichtig. Allen Werken merken Sie an, es ist eine Verkleidung. Sie können wieder zurück in Ihre ursprüngliche Rolle als Mensch des 21. Jahrhunderts. Um die Verbindung zwischen Körper und Umwelt besser darstellen zu können, sind viele Skulpturen und Installationen aus organischen Materialien wie Haaren oder Blätter in der Ausstellung zu sehen. So auch die Kunstexemplare der Britin zu Blackwell. Für den Aufbau der feinen Arbeiten braucht sie zwei volle Tage. Das weiße Hochzeitskleid hat die Künstlerin im Internet ergattert und mit einem Laser Stücke aus der Schleppe geschnitten. Wie kleine Pflanzen scheinen die ausgeschnittenen Muster aus dem Stoff zu wachsen. Die Ideen zu ihren Werken schöpft die junge Frau aus Geschichten, Märchen und Sprichwörtern. Es gibt ein englisches Sprichwort. Wenn eine Braut zu lang wartet, dann fängt das Gras zwischen ihren Zähnen anzuwachsen. Dieses Sprichwort habe ich für meine Arbeit verwendet. Aber warum gerade Mensch und Natur? Wir haben auf der einen Seite eine unglaubliche Hinwendung zur Natur. Es gab noch nie so viele Barfußpfade in Wäldern. Wir gehen tauchen und klettern und sehnen uns nach der Naturerfahrung. Andererseits sind wir als zivilisierte Menschen noch nie so befähigt gewesen, uns abzugrenzen und zu schützen vor der Natur. Und dieser Konflikt hat uns interessiert und der interessiert eben ganz, ganz viele Künstler auch. Das Selbsterleben steht bei der Ausstellung im Vordergrund. So können Werke wie die von Esther Glück auf den einen düster wirken, andere Werke wiederum strahlen mit ihren feinen Details etwas Träumerisches aus. Bei While You Were Sleeping ließ sich Sue Blackwell von einem Märchen aus Burma inspirieren. Kinder werden darin gewarnt, schlafende Menschen zu wecken, weil diese sich im Traum in ein Schmetterling verwandeln und beim abrupten Wecken nicht mehr in den Körper zurückkommen würden. Nach Stunden der Arbeit sieht das Werk dann so aus. Die Künstlerin selbst ist überwältigt. Bis jetzt war ich die ganze Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Das ist das erste Mal, dass ich die Werke so sehe. Mein Studio in Großbritannien ist leider sehr klein, deshalb sehe ich die fertigen Kunstwerke oft erst am Ende. Bis zum 16. Oktober zur Eröffnung der Ausstellung werden auch die restlichen Kunstwerke aus ihren Kartons befreit und ausgestellt. Vom Hochzeitstraum oder dem zerrissenen Tanzschuh bis zum wilden Tierkopf. Bei so viel Kreativität gehen die Arbeiten dem ein oder anderen Besucher bestimmt auch unter die Haut.